Ebel wollte Thomas Müller nach Gladbach lotsen. Der neue Sportdirektor hatte schon zu Beginn seiner Karriere ein Auge auf den Routinier geworfen, doch ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach scheiterte. Beim FC Bayern trifft Max Ebel unter anderem auf Thomas Müller. Als Max Hebert im Oktober 2008 vom Jugendkoordinator von Borussia Mönchengladbach zum Sportdirektor befördert wurde, hatte der ehemalige Verteidiger die Aufgabe, junge Talente zu fördern, Gewinne zu erwirtschaften und das wirtschaftliche Wachstum des Vereins voranzutreiben. Der Fokus lag auf der Talentakquise und Entwicklung. Der Plan ging über die Jahre auf, und nachdem die Borussia 2011 beinahe abgestiegen wäre, erreichte sie unvorstellbare Höhen und bestritt sechs Europa-Pokalspiele, darunter drei in der Champions League. Bis heute steht Granit Xhaka an der Spitze der Liga-Liste der Abgänge. Der Schweizer wechselte 2012 für 8,5 Millionen Euro vom FC Basel an den Niederrhein und schloss sich vier Jahre später dem FC Arsenal an, für den er 45 Millionen Euro auf sein Forenkonto überwiesen hatte. Ebel hoffte auf einen ähnlichen Staatsstreich wie der mittlerweile 34-jährige Thomas Müller, bevor er zum Topspiele des FC Bayern avancierte. Ebel wollte Müller nach Gladbach einladen. Ich habe tatsächlich mit Hermann Gerland über Thomas Müller telefoniert, bevor Thomas Müller gegangen ist, sagte Ebel im Bayern Insider-Podcast der Bild-Zeitung zu dem Zeitpunkt, als er versuchte, Müller zu Gladbach Borussia zu holen. Über den Prozess berichtet diese Zeitung. Wir haben versucht, Talente an der Schwelle zum Profifussball zu erkennen, und Thomas hat die richtige Entscheidung getroffen, Ich sage nicht, dass Gladbach falsch lag, als der FC Bayern für Ebel am meisten wehtat. Als Sportdirektor des FC Bayern freut sich Ebel über die langjährige Zusammenarbeit mit Müller. Generell scheint der 50-Jährige mit seinem Engagement für den deutschen Rekordmeister zufrieden zu sein und hat aus dieser Loyalität nie ein Geheimnis gemacht. Allerdings gab es auch erhebliche Enttäuschungen in seiner Beziehung zum Verein. Am meisten schmerzte es, als uns die Bayern dämte Weg nahmen, nachdem er dreieinhalb Jahre lang eine große Rolle gespielt hatte, sagte Hebert. Der Innenverteidiger wechselte 2012 nach München und gewann das Triple, verschoss jedoch in der FB-Pokal-Halbfinale einen Elfmeter und musste einen schmachvollen Abschied aus Gladbach hinnehmen. Entschuldigung. Jungs 7 11 12 13 14 15 15 16 16